Wie hoch ist meine Rente, wenn ich 45 Jahre arbeite bei 14 Euro Mindestlohn? Droht mir Altersarmut? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe im Internet, ich zeige es Ihnen gleich mal, einen ganz interessanten Beitrag in der Frankfurter Rundschau gelesen. Und zwar am 16.11. hat die Frankfurter Rundschau geschrieben, ich mache es mal ein bisschen höher, Arm im Alter wegen Niedriglöhnen. Und dort sagt die Frankfurter Rundschau, die Gewerkschaft NGG fordert höhere Löhne und mehr Kontrollen gegen Schwarzarbeit. So ein bisschen die Überschrift, wie fair arbeitet Deutschland die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Klammer auf, NGG ist überzeugt in keinster Weise fair. Die NGG-Führungsspitze hat deshalb gesagt, wir brauchen eine Neujustierung bei den Löhnen. Gerade bei den unteren Löhnen muss es deutlich nach oben gehen, sagt er. Sage ich natürlich auch, völlig klar. Und er steigt da sozusagen ein und sagt, wir brauchen hier einen Mindestlohn von 14 Euro. Weiter will ich Sie da gar nicht nerven mit dem Beitrag. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich 14 Euro Mindestlohn für meine spätere Rente? Und da habe ich mal eine Rentenberechnung gemacht. Das zeige ich Ihnen jetzt gleich mal. Das gucken Sie sich einfach mal an. Diese Rentenberechnung ist eine Durchschnittsberechnung. Das heißt also, wir gehen von 14 Euro Mindestlohn aus. Der ändert sich auch nicht mehr. Und 45 Jahre Arbeit. Und wir nehmen die Werte für die Berechnung aus dem Jahr 2023. Das zeige ich Ihnen gleich. Wir steigen schon mal hier in die erste Folie ein. Und hier geht es um die Berechnung des Jahresverdienstes. Ja, gucken Sie sich das einfach mal an. Ich gehe ja mit der Maus drauf. 14 Euro Mindestlohn mal 8 Stunden. Also bedeutet die Berechnung des Lohnes für einen Tag. Da habe ich 112 Euro Bruttolohn pro Arbeitstag. Jetzt will ich natürlich wissen, was bekommt der pro Monat? 112 Euro mal 5 Tage. 560 Euro pro Arbeitswoche. Brutto. Jetzt will ich natürlich wissen, wie hoch ist das Monatsgehalt? Dann nehme ich die 560 Euro und multipliziere das mit dem Faktor 4,34 Wochen. Warum? Der Monat hat in Deutschland im Schnitt 4,34 Wochen. Ja, dann komme ich auf 4,34 Euro und 40 Cent brutto Monatslohn. Das heißt also, ich bekomme für einen Monat Arbeit bei 14 Euro Stundenlohn 4,34 Euro und 40 Cent brutto Monatslohn. Jetzt will ich aber wissen, was ist das Jahresbrutto? Dann nehme ich einfach die 2430, 40 Cent, multipliziere das mit dem Faktor 12. 12 heißt 12 km, 12 Kalendermonate. Ja, pro Monat, das Jahr hat 12 Kalendermonate. Heißt also 29.164 Euro und 80 Cent ist das Jahresbrutto. Jetzt haben wir erstmal das Jahresbrutto. Das ist eine ganz wichtige Zahl. Jetzt gehen wir mal runter in die zweite Folie. Jetzt berechne ich Ihnen mal die Monatsrente. Jetzt nehme ich das Jahresbrutto 29.164 Euro und 80 Cent und teile das durch 43.142 Euro. Jetzt fragen Sie, was ist das für ein Wert 43.142? Völlig berechtigt. Das ist das Durchschnittsentgelt für das Jahr 2023. Das ist ein vorläufiges Durchschnittsentgelt. Das ist eine Rechengröße nach dem SGB VI, nach dem Sozialgesetzbuch Nr. VI, gesetzliche Rente. Und dieser Rechenschritt ergibt dann 0,6760 Entgeltpunkte pro Jahr. Das heißt also, ich bekomme bei einem Jahresbrutto von 29.164 Euro, bekomme ich nach aktueller Rentenberechnung 0,6760 Entgeltpunkte pro Jahr. Warum vier Stellen hinter dem Komma? Weil das Gesetz sagt vier Stellen hinter dem Komma bei der Entgeltpunkteberechnung. Also muss ich das auch so machen. So, jetzt sage ich, der Knöppel geht 45 Jahre arbeiten. Bei 0,6760 Entgeltpunkte ergibt dann 30,4208 Entgeltpunkte. Ja, hier, sehen wir, wunderbar. Und jetzt berechne ich die Monatsrente. So hat der Knöppel, der ist jetzt 65, der geht abschlagsfreien Rente. 45 Jahre Arbeit, wunderbar. Da hat er 30,4208 Entgeltpunkte. Das sind natürlich auch gleich die persönlichen Entgeltpunkte, weil es keinen Abschlag darauf gibt. Und ich multipliziere das mit dem aktuellen Rentenwert 37,60 Euro. 37,60 Euro bekomme ich pro Entgeltpunkt. Das multipliziere ich und dann komme ich auf eine Bruttomonatsrente von 1.143,82 Euro. Meine Damen und Herren, das ist die Bruttomonatsrente nach 45 Jahren Arbeit. Was sagen Sie jetzt da dazu? Jetzt ziehen Sie bitte noch von dieser Bruttomonatsrente, wenn Sie gesetzlich kranken- und pflegeversichert sind, auch noch da die entsprechenden Beiträge ab. Und dann kommen Sie irgendwie auf eine Netto-Rente von roundabout 1.000 Euro. Ich sage das jetzt mal so ganz grob. Monatsbetrag. Können Sie mit 1.000 Euro Monatsrente nach 45 Jahren Arbeit wirklich leben? Können Sie wirklich davon leben und dann auch eine Lebensqualität haben, die Ihnen sozusagen eine armutsfreie Rente, ein armutsfreies Leben bewerkstelligt? Ich glaube nicht, meine Damen und Herren. Also Sie sehen, so sieht es aus. 14 Euro Mindestlohn reicht bei weitem nicht aus, um eine armutsgerechte Rente hier in diesem Land zu organisieren. So, das soll es gewesen sein. Näher aus zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vielen Dank. Vielen Dank.